So, heute machen wir mal ein Kürger-Yass, aber erst nach dem Workout. Für das Workout brauchen wir eine Karte ohne. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar habe ich mich sehr gewusst, was früher, wo wir so etwas hin, und darum habe ich gedacht, ich mache mein Zufallsprinzip und der Witz. Ein Workout mit normaler Pokerkarte, wie ihr hier sehen, habe ich schon aufgezeichnet. Herz, Pik, Kar und so weiter. Jede Karte hat eine andere Übung. Das heißt, die Hand ist abgeändert und gehörige Karte, so wie wir es mitkennen, mit Yass-Karte. Ich kann es hier nochmal aufklären. Achel, Herz, Scherl, Lobe. Es ist genau das Gleiche, wie Herz, Kar und so weiter. Das heißt, ihr mischen eine Striche wieder durch. Je nach Karte, wo kommt, ihr deckt nochmal auf. Scherl da unten heißt, Scherl ist zum Beispiel Jumping Squats. Da unten heißt, ich mache elf Wiederholungen. Nächste Karte, Laub Sechser. Das heißt, Laub sind Tipps. Sechs Wiederholungen. Ihr seht jetzt in der Auflistung, welche Farbe, welche Übung und wie viele Wiederholungen man mit der Zellkarte ist sehr klar. Aber unten oben König und Sau, also das Ass, ist separat. Und unten gibt es noch einen Joker. Es sind drei Joker, normalerweise in einem Büscheregen. Bei der Yass-Karte haben wir das Baby als Joker. Und einfach zwei Karten. Dauert es von Uno. Und einfach zwei andere Karten dazu als Joker. Am meisten Spaß macht es natürlich zu zweit. Denn dann könnt ihr den anderen Karten aufdecken, was er noch für eine Übung machen muss. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass der eine Schliff mit Puppies machen. Der andere muss es alle machen. Es macht am meisten Spaß, wenn ihr zum Beispiel so über Video oder der eine nach Hause, über das Video oder andere Besicht nach Hause und ihr das zu zweit machen. Kurz nochmal zu den Übungen. Die vier Farben. Herz. Normale Push-Ups. Schön mit der Brust auf dem Boden. Achel. Das sind Leg Braises. Flach am Boden legen. Füße mit rufen, damit der Rücken am Boden bleibt. Für die, die schon etwas geübter sind, könnt ihr auch so Wheel-Ups machen. Das Klappen messen. Scherl. Das sind wieder Jumping Squads. Und lau. Turnieren mit einer Box oder einem Stuhl her. Und machen so Dips. Und Jokers. Wie gesagt. Für Jokers am Ende sind ganz normal 15 Burpees. Gut. Warm Up. Machen wir heute mal mit Musik. Das heißt, wir brauchen das Lied für die Police. Roxanne. Die meisten haben jetzt eh schon mal gemacht. Allerdings, wir machen es nicht mit Burpees und wir laufen nie noch miteinander. Weil die meisten, wenn sie nach Hause machen. Das heißt, wir machen im Stand Jumping Jacks. Und wenn wir Roxanne hören, gehen wir sogar in die Plank Position. Aufhören. Und jetzt mal. Wenn wir es mal gesehen hören, gehen wir die Plank Position. Aufhören. Das zweite, was wir machen. Das kommt auch wieder. Mit dem Sally. Normal. Du bist Quot. Einfach los, was ihr sehen. Aufhören. 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 Nur, dass wir ein Glühler ausschauen können. Aufhören. Aufhören. Gut. Und als Finisher, wenn wir das Bring Sally Up Lied eh schon da hin, machen wir eine Plank Challenge. Das heißt, wir machen wieder mit dem Lied. Aufhören. 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 Das ganze geht, so werde ich wie möglich Pause. Oder beim Lied Pause drücken und gleich wieder weitermachen. Okay. Kleiner Hinweis noch. Es gibt bei Crossfit Games.com die Möglichkeit, Ihre Local Box-Länder-Crossfit zu unterstützen. Da sind jede Woche neue Workouts, die wir machen können. Es ist kostenlos zum Anmelden. Nützt die Chance, da gibt es wieder Workouts zu machen. Und wir bleiben dran. Viel Spaß!